Es ist ganz still im Dorf, eine wunderbare Ruhe. Alle fragen sich, wie kommt das echt dazu? Vermutlich ist der Grund, was die Ruhe betrifft, wenn die Kuppel Wiesere noch eingesperrt ist im Lift. Nächste Problemrufe noch hören. So, dann. Kurzlich im Gold ist mit dem Alex nichts zum Spassen. Wer zahlen will, fragt das Fräulein an der Kasse. Wollen Sie meinen Punkt zahlen? Herr Frey, Sie können wählen. Da meint der Schuch, wo sind Sie hart mehr und nicht sterben. Das Basler Sportmuseum ist zu, oh je. Da, 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 da. Viele Gescheids hat ihn da zwar sowieso nie gesehen. Da, 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 da. Aber trotzdem bin ich furchtbar verschrocken. Johanna bringt jetzt Roger seine Socken. Da, 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 da. Den kennt ihr. Den kennt ihr sicher auch alle, gell? Ja, ja. Ja, ja. Wer vom FC Bessi ein schwieriges Unterfangen. Da, 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 da. Der Tage ist noch da und leider noch nicht gegangen. Da, 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 da. Jetzt hat der Alex frei. Auch wenn man. Dann kommt Rückkehr ein Drittnetter. Ich frag mich, wie wenn es geht, bis auch der Vogel fliegt. Auf der Teilnehmer-Riste ist kein Wolliser-Schwinger, die einzigen Wollis ist ein schwarzer Jährlinger. Der Toni Brunner stiftet sie als Siegerpreis, die Stalligandplatz ist ziemlich weiss. Sie findet auch SVP nicht so der Birne und im Unterholer räuft sie recht auf die Hörne. Das ist der Ehringer Blüß, das ist der Ehringer Blüß, das ist der Ehringer Blüß, das ist der Ehringer, 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 Ehringer Blüß. Fertig lustig ist es wieder die Beuforie, wilder Steuern schwingfest ist schon lang verdwein. Das Ruppli dumme Dreck und ein Berg voll Schulden und ein wässiges Oka, wo das Mues erdulden. Nur das Egli Bea kommt von Freude ein kleines Schlitzen, will in der Irre Show zwei heisse Deppen durchflitzen. Das ist der Ehringer Blüß, das ist der Ehringer Blüß, das ist der Ehringer Blüß. Sie hat viele Figuren, die lachen, ein Bub vom Trub hätte sie machen dürfen. Also wir sind zufrieden und voll Lob, Hauptsache ist der Künstler ist kein Schwub. Ein du Schöner, ein du Schöner, ein du Schöner, ein du Schöner Schützerkopf. Du hast die Kärzchen gekauft und Nudeln auch, hast Licht und den Magen füllt das auch. Kein Strom, kein Gas ist dir egal Du überlebst auf jeden Fall Doch das Wetter ist mild, darum haben wir heute oben Den Mangel an Strom aufs nächste Jahr verschoben Ei du Schöne, ei du Schöne, ei du Schöne Schitzelwand Das dürfen wir nur von hinten zeigen Sonst tun wir uns anzeigen, hat es geheissen, wenn wir ihn drehen Wir haben das sicher rauf genommen Man soll nur noch selbst zweit unter der Dusche stehen Der Remo nimmt sich das zu Hause mit der Usche Und steht von jetzt an nur noch mit der Usche in der Dusche Wir zwei dienen das sehr am Schnee Sie und der Dusche mit der Usche zusammen sieben oder mehr Auch das Vreni hat der Schöne ganz spontan unter die Dusche genommen Der Schöne meint das Vreni hei geniessen zwingen Er hätte doch nur eine Pizza willen bringen Ich bin im falschen Körper Meint der Bello, unser Hund Er will ein Kätzchen sein Der Hund ist doch nicht gesund Klar ist, dass wir da nicht protestieren dienen Weil wir die Hunde steuern Nicht mehr zahlen wie ihr Für die ESAF-Abrechnung gibt's kein Applaus Darum heisst das Motto Alles muss jetzt raus Blumenkiste, sag mal Verschütte sie für viel Geld Und dem Stucki Seine Schwingerhose Als Einzel zählt Und dem Stucki Und dem Abend zeigt der Stucki Er enttäuscht zum Usche In dem Zahlt Geld Dort gibt's kein Dusche Wir sind bereit Doch anstatt mit dem Mann schwingen Wir werden doch lieber zusammen einen singen Singen, 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 singen Wir stimmen an Gehen zuerst in Beiz und dann in den Keller Nach einem Weilen und dann einen Appenzeller Shane, seid ihr alle da? Ich hoffe, ich tue einen gespritzten Biko. Ihr seht, ich musste heute pressieren. Es hat nicht mal gelangt, um die Beine zu rasieren. Es ist so lustig, tralalalala, weil wir gleich die Schnurren drin haben. Es kommt noch einen ganz aktuellen Tag. Ich habe gehört, sei wirklich wahr. Es gäbe keine Fastnachtsfeuer dieses Jahr. Tut ein von euch die Gritte kennen, dann müssten wir anstelle des Fastnachtsfeuer eine Hexen verbrennen. Es ist so lustig, tralalalala, überall die Schnurren drin zu haben. Im Bundeshaus, ja das ist Christi, gibt es neu zum Mittagessen Rösti. Ich frage mich, was gibt es denn dazu? Wahrscheinlich eine Würstchen, von denen hat es genug. Es ist so lustig, tralalalala, überall die Schnurren drin zu haben. Die Kuppelweiser Kette kommt ins Bürgerhaus, erst nach fünf Stunden weiter zum Lift aus. Sie tut mir auch heute noch, die Ohren, die hat ja niemand zum Schnurren. Es ist so lustig, tralalalala, überall die Schnurren drin zu haben. Da muss ich schnell die Melodie wechseln. Da dürft ihr dann auch mitmachen, ihr merkt dann schon woher. 40 Jahre sind genug, das meint Cari. Lalalalala, und singt das letzte Mal am Larifahren. Lalalalala, Seine Ferse hei Opferdeckel immer gesessen, und der Hüftschwung werde man nie vergessen. Ich bin zwar offiziell nicht mehr auf der Kasse, aber ich denke an die Stauber, da komme ich noch mal. Ich bin ein junger Helgekehrer und eine Zerberflöte von der Jugend aus. Ich habe eine Zündhölzli angezündet und bin auf eine Meierwelsdaufe gerennt. Ich habe da zwar als Dachführ entfacht und die Kopfschassli keiner gekannt. Ich habe die Zündhölzli aufgehört und auch noch ein bisschen vom Russ und jetzt hoffe ich, sie ist auf die Zahn vom Überschuss, die Russ. Wenn ich jetzt rausgehe, dann wäre ich also schon ein paar froh. Wenn jeder von euch noch ein paar Fränkechen gibt, ich sammle für sehr safte Effizite. Jetzt haben wir es heute.